Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle-Story. Oh, und es fängt schon mal gut an. So wie es aussieht, sind die meisten Bauarbeiten abgeschlossen. Wir können uns jetzt also ein paar Jungs schnappen und ihnen sagen, sie sollen das Zeug da hochbringen. Okay. So, dann können wir uns gleich wieder vier schnappen. So, dann schnappen wir euch vier. So können wir das jetzt sehr präzise verlagern, das Zeug. So können wir dann die Reste hier einreißen. Auch wenn es langsam voll wird, unser neues Lager. Ja, komm, das letzte Rimmstone können wir dann einreißen. So, dann schicken wir euch mit Eisen hier hoch. So, einen bräuchten wir noch. Danke. So, noch mehr Eisen. So, noch mehr Eisen. Ja, dann wird es Zeit, dass wir hier oben eine Kirche und ein Rathaus mit Waffenkammer hinbauen. Oder wir bauen die Waffenkammer irgendwo hinbauen. Nö, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir bauen sozusagen die Waffenkammer und die Kirche oben hin. Und unten da die Workshops. Außer dem Altar, der kommt in die Kirche. So, wie viel Eisen haben wir da? So, wie viel Eisen haben wir da? Was machen die beiden jetzt schon wieder da unten? Das gibt's doch nicht, ey. So, wie viel Eisen haben wir da unten? Das heißt, er kann auch noch da oben hin. Dann können wir theoretisch das hier auch abreißen. Du kannst dir den Sprengmeister mal anziehen. Dann können wir das nämlich auch abreißen. Dann verwandeln wir mal alles, was hier ist, in den Ziegel. und reißen die beiden auch noch ab. Können wir eigentlich, weil's passen würde. Ja, wir könnten da Fackeln draufstellen. Wir könnten hier und hier Fackeln hinhängen. Also einfach so an die Eingangsbereiche. Und die Säulen können wir keine machen. Leider. Aber hier könnten wir eine hinmachen. Und da die Eingangsbereiche, ja. Aber jetzt lösen wir erst einmal alles hier auf. So, wir haben unsere Vorräte. So, dann fangen wir jetzt mal an, die Kirche zu planen. Den Kirchturm hätte ich gerne wahrscheinlich nach hinten. Und dann fangen wir jetzt mal an, die Kirche zu planen. So, das wäre der Grundriss von der Kirche. Wobei es so etwas besser aussieht. Und ja, ich kann hier noch einen Brick reinmachen. So, dann machen wir erst mal den Kirchturm. Das war jetzt zu viel. So, machen wir jetzt schön hoch. Und ja, mir fällt nichts besseres ein, als eine Kirche, um einen Altar reinzustellen. Deswegen machen wir einfach eine Kirche. Wir wissen nämlich nicht, wie ich in diesem Spiel einen Tempel darstellen sollte. So, setzen wir noch eine Ebene drauf. So, das sollte als Kirchturm eigentlich reichen. Okay. Ah. Ne, ich hätte gerne die Rundtreppen. Erstmal hier die Lücken füllen. Ich sehe nämlich gerade, wir haben hier einen Stein vergessen. Ich weiß ja nicht, ich kann es nicht so machen. Ne, so sieht es komisch aus. Und der sieht auch komisch aus. Nein, da muss es schon. Ja, so sieht es gut aus. Dann so. Ja, das ist die falsche. Und ja, mir fällt gerade ein, das ist ja eigentlich falsch ab einer gewissen Höhe. Ne, wir wollen ja einen geschlossenen Turm haben. So. Und so. Und da packen wir jetzt noch drei Reihen drauf. Und da packen wir jetzt auf. Oder zwei Reihen. Oder gar keine Reihe. Lassen wir es so. Obwohl, ich hätte schon gerne einen richtigen Glockenturm. Ja. Ja. Und dann hätte ich halt gerne... Ah, wie mache ich das denn über die Dinger drüber? Da muss ich ja theoretisch noch hier einmal drüber. Also ja, erst mal planen, wie wir den dann gebaut kriegen. Das überlegen wir uns, wenn es soweit ist. Das überlegen wir uns, wenn es soweit ist. Das überlegen wir uns, wenn es soweit ist. Das wäre der Turm. Zum Abschluss noch so ein Ding drauf? Nein. Und zum Abschluss ein Licht drauf. Ja, das könnten wir machen. Gut, aber jetzt zur Kirche selber. Die brauchen wir nicht so hoch machen wie den Turm. Ja, das ist etwas unpraktisch. Ja. 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 So, das sollte besser funktionieren, denke ich mal. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann bin ich gerade zu doof. Also ja, hier und hier. Hier und hier. 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 Das wüsste eigentlich wie beim Turm ablaufen, tut es allerdings nicht. Hm, natürlich nicht. Okay. Ähm, mittig? Ja, mittig. Hm.